Servus und hallo zu Relicta. Weiter geht's mit dem Wahnsinn. Und ich befürchte Schlimmes, wenn ihr das schon siehe. So, wir haben ein folgendes Problem. Die Kiste muss dahinter. Hier, blau. Und man muss halt einfach schnell sein. Ich bin nie schnell. Bleibst du da hinten? Das war der einfache Part. Rot, Rot, Back, Blau, Rot. Gerätisch hat es funktioniert. Ich habe nur vergessen, das umzuschalten. Blau, 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 Rot. Ja, komm. Ich habe es. Jawohl. Sehr gut. Ach Gott. Ist das ein Scheiß. Okay, jetzt haben wir das. Was ein Level. Ja, die Kiste versteckt. Funktioniert das so, wie ich mir das denke? Nein. Hat fast funktioniert. Was產... Oh. Mhm. Ich kann es einfach da draufstellen. Das war nicht so schlau. Das war nicht. Überhaupt nicht so schlau. Okay. Was machst du? Ich brauche ja am Schluss erst. Da muss auch eine drauf. Hier habe ich das Urteil. Ich will es nicht zurücksetzen jetzt. Ich habe Angst, wenn ihr zurücksetzt, dass ihr das Ganze noch mal machen muss. Von ganz von Anfang. Und da habe ich überhaupt keine Lust dazu. Was machst du? Okay, der klappt das Teil da raus. Ist das Symbol? Ich will das mal. Schauen wir mal. Ja. Ja. Ich habe das da her. Irgendwas schiebt sie irgendwo hin. Okay. Das hat sie jetzt da rauf geschoben. Das ist da drin. Muss ich ja theoretisch das jetzt da rein machen können, oder? Schiebt sie mich nicht raus, weil geht nicht. Ah, aber Moment. Dann machen wir es halt blau. Dann machen wir es blau, machen wir die blaue wieder weg, dass das nicht festklebt. Und den jagt haben wir es da her. Gut. Braucht es wahrscheinlich dahinten. Was passiert hier? Ihr braucht das Teil da. Gut. Aber ich darf es nicht da rüberschießen. Okay. Ich. Habe ich auch. Okay. Kann man da wieder rauf in der Deutz runterspringen? Ja. Okay. Das Teil fällt da runter und ihr braucht es da. Okay. Dann bringst du da aber auch nicht raus. Wenn ich dann irgendwie hin, dass ihr das blau bekommen. Ja. Und ich musste es dann einfach nur mit dem Fels runter. Das ist gut.